Oh, geehrte Kirchweigäste, danke grüßt und jubelfeste. Der Musik da an der Straße mit Bann, fliehnt im Diefsel und vor was. Trost war ein, soll uns Ehrensache sein. Oh, welche haben denn nun gefeiert, 250 Jahre ist es hohe. Was ganz unsere Latsmacht mit Jubel klagt, der fröhlich am Tag des Lob gesagt. Stößt den Vorfahren gedenkend dabei, die den Grundstein legten zu dieser Pfarrei. Die Kugelscheinshaus-Friale bestand, als schlicht Licht, den Ort schon früher bekannt. Aus der Urheimat überbrachten nun da die Statuette in der Mutter Anna, deshalb so die Frischpfarrer benannten, als Neubi-Arkzentanen erhalten. So wuchsen in der nächsten Sicht die Häuser, diesen brafen Tiedlern der Zweikheiser. Das Kindersägel und der Schwabenstieg, schau die Pest, cholera und krieg. Ja, gar viel, was wussten wir nicht dulden, bis zum Vorher verschrohen und dulden. Die 48-Revolution, St. Obstbrach und Froh, waren unter den Bahnen straff wie auch Lohn. Die zweite Pfarrkirche, die dann bald verstand, Sankt Anna hielt ein Schönheitsgewand. Der Antônio Krieg mit sieben Leichen, ließ noch nicht die Steinleichen erweichen. Der Landmannsorten für täglich Brot, geplinderte Schülern die große Not. Das Pfarrkirche, verblühten, versprach er vor den besten Güten. Die Piaristen als Kulturträger, begangen als Geister und Lehrer. Zu Feierklang zum Durmgeleut, von einem Tag Mann zum Kirche heute. Steht in diesem ersten Haus, damit der frechster Kirchweiß traut. Der immer grüne Rosmarin, vom Zeil unserer Freude sein. Recht viel Dank den teuren Ahnen, die von weit hierher kamen. Darum feiern wir in eurer Mitte, seit der fortfahrend alten Sitte. Dieses ganz sonderbare Fest, das alle Sorge vergessen lässt. 250 Jahre sind verblungen, es bindet uns Erinnerungen an unseren alten Heimatort, durchs Gottes Haus als Warnungswort. An frohe Tage und an Leid, in guter und in harter Zeit. Und auch jede Feierstunde, die verfreut Freude kunde. Sagen jetzt uns die Kirchengloten an, dass sie jeden Wohlfühlen kann. Mit einem Strasslein Rosmarin, in der Kirweihäut die Feierzeit. Dir Heimat danken wir heute, dem Ort, zu den Lockenfest, die Leute. Der Kirche und dem Ort zu Ehr, für ihre Obhut dort und leer. Du bist Wohnheim, Schutt und Hort, du lebst in uns für immer fort. Jubiläumsfest haben wir heute, denn alles freit sich weit und breit. 250 Jahre sind vergangen, seit die Ersten hergegangen. Von ganzem Herzen wünschen wir, Sänkens Kirweih, allen hier. Hartman, Gesang. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Musik Der Herzlicher und der Freund der Großver Allez Kist, wo ein Mitfeierer von unserem schönen Kirchweifel und von unserem 250-jährigen Jubiläu Wo wir heute hin, seit unser Ohrner in St. Donnerhau gewandert sind. Schon bei zweieinhalb Jahrhundert halten wir den Strauß mit zwei hinten. Bei uns ist die Haubert mehr wie ein eigener Boden. Musik! Musik! Wenn unser Ohrhirn dann zurückschauen können auf den Eiser, die melden sich in den Haar vom Kopf rausreißen. Weil was kein Mensch trinkt hat, wird vielleicht noch was. Dass ein Donner dort hinkommt wie vor 250 Jahren. Musik! 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 Wie vielleicht, hier ist bei uns ein großes Wort. Wir sind ein paar Kartei, die wir in dem Ort. Aber wir, die, die noch tot sind, werden den Strauß noch festheben, solange wir schwaben in den Tonnenleben. Weil was fehlt uns auf der schönen Welt. Wir haben doch wieder recht auf unser Feld. Wir bringen auch noch einen Flug und einen Pässe. Und eine Wage, ein Geist, hier und Zeit. Und hier haben wir schon eine ganze Bauerei. Vorsicht! Wir sind jetzt an ein paar Leiflinge noch 800 Zähler. Da ist eine Klavenwild, da soll sie auch einfach zählen. Wir sind aber alle noch ein bisschen galant und stolz, weil mit 40.000 Leer kriegen wir Remorka voll Holz. Und mit dem Matagos schon ein paar Laquilla Fleisch. Ja, brauchen wir noch was billigeres vom Preis. Wohlen Sie! Wohlen Sie mal! 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 Schauen Sie mal, wie schöne Matler, liebe Leute! Ist das nicht unser großer Preis? Sie sind in der Seelvertrag, wie vor 215 Jahren. Und da sind kein Zepp und kein langer Haar. Sie sind aber alle herzlich doschig und froh. Aber eine Mutter wird mit Ihnen noch verzeiht. Schauen Sie mal, wie sehr viele Menschen. Sie sind in der Krone. Musik! Wohlen Sie mal! 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 Dann nehmen wir von da draus mit anderen Schwarzen. Weil wir ins Donner kommen ja keiner mehr auf die Welt. Darum wird man auch keiner mehr finden. Nehmen wir ums Teile Geld. Musik. Vorles nehmen wir ein! Nehmen wir ein! Liebe Gischt, du verletzt hier dein Tod der Strauß. Der viel Geld hat, der soll's probieren. Der wird ins Donner, aber auch uns angemacht. Der wird ins Donner aufbewahrt. Der wird in unserer Anarchite aufbewahrt. Musik! Und darum für liebe Weiber, lasst doch mal heuen deine Hunde los. Und hast auch Fleisch gekocht und Schnupfnudeln mit Bradeisel. Weil das Fleisch ist heuen viel zu teuer. Der viel Geld haben hat, der soll's hergeben. Und der Strauß geht eier. Der viel Schnäppert und Pappelt, der liegt. Und darum tue ich jetzt mein Spruch jetzt schliessen. Und lasse ich alle recht herzlich miteinander grießen. Die Musikanten sind uns schöne Musik machen. Und alle Kinder mit uns ertrinken, singen und lachen. Musik. Vielen Dank.